Musik Alles ist für die Zuwanderer natürlich, wenn sie neu ankommen, neu. Weil ich verstehe all diese Begriffe gar nicht. Wie kann ich mich dort zurechtfinden? Wir haben schon eine neue Webseite und in dieser Webseite bekommt man sehr viele Informationen. Wenn ich jetzt nicht weiterkomme mit den Informationen aus der Homepage, dann wende ich mich an den Welcome Guide. Ich bin ansprechbar nach vor den Leuten, die hier in Ruhr gewählt kommen möchten. In der Regel sind es Akademiker. Die möchten hier neue Firmen gründen. Die möchten einsteigen in eine Firma X. Meine Aufgabe besteht darin, ihnen wichtige strategische Informationen zu geben. Von der Arbeitsmöglichkeit bis zur Anerkennung von Studium oder Ausbildung. Man muss ja zu Behörden hingehen oder vielleicht zum Arzt, zum Zahnarzt und so weiter. Also nicht die großen Ziele bestimmen das Leben, sondern die kleinen alltäglichen Dinge. Und das sind alles Dinge, die bewegen jemanden, der sich verantwortungsvoll irgendwo hinbewegen möchte. Und da können wir vernünftige Antworten liefern. Weil wir diese ganzen Erfahrungen selbst durchgemacht haben. Musik Meine Hilfestellung endet da, wo ich die Informationen den Leuten weitergegeben habe. Also ich bin jetzt kein Dolmetscher und auch kein persönlicher Begleiter. Musik Ruhrgebiet ist eine tolle, große Metropole. So ein Ballungszentrum. Ich kenne keinen Londoner, der so gut, so zentral lebt wie ich. Gibt es so viele Arbeitsmöglichkeiten. Wir haben eine sehr interessante Hochschullandschaft. Auf der einen Seite die Schwerindustrie. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftsstandort. Die hohen Schornsteine, sehr viel Transport. Und dann hat man die Wälder auf der anderen Seite. Es ist einfach toll. Man hat die Möglichkeit der Begegnung mit den entsprechenden Nationalitäten. Menschen leben hier auch mit vielen Kulturen. Eine sehr offene Haltung gegenüber Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Ja, ich fühle mich ganz wohl in Ruhrgebiet. Es ist sozusagen ein sehr interessanter Ballungsraum, der viele Facetten hat. Und mit diesen vielen Facetten lässt sich sehr gut leben. Willkommen in Ruhrgebiet.